So, Halli, Hallöchen und ich grüße euch zurück zu einer neuen Aufnahme hier bei Let's Play Spore. Puh, da fliegt ein Schiffchen. Ja, das läuft. Das fuhr jetzt aber cool vorbei. So, das läuft, das läuft. Ja, ist ja gut, ist ja gut. So, starten wir mal. Wir spielen ja immer noch in der Kreaturenphase und ich hoffe, dass wir die jetzt fertig bekommen, denn ich muss euch gestehen, ich habe gestern bereits eine Aufnahme gemacht. Ich habe eine Stunde im Vollbildmodus gespielt und hinterher festgestellt, dass ich alleine gespielt habe. Ich hatte also so einen schönen Lauf. Wir waren aus der Kreaturenphase schon raus. Noch nicht in der Stammesphase drin, aber kurz zum Eintreten. Aber selbstverständlich dachte Frapp sich, oh nö, ich nehme jetzt mal nicht auf. Und dann hatte ich das Dilemma. Also das war sehr, sehr lustig. Ich fand es sehr unterhaltsam. Nein, natürlich nicht. Ich habe trotzdem Wasser geheult, aber egal. Jetzt spielen wir einfach von vorne. Probieren alles mal ein bisschen anders. Wow, wow, wow. Und gucken mal, wie wir durchkommen. So, zuerst holen wir uns mal einen für unser Rudel. Ey, Kollege. Posieren kann ich auch. So. Was tun wir, was tun wir? Wie sieht es mit denen aus? Die sind Fragezeichen. Dann gehen wir dabei hin und sagen, hallo. Let's be some friends. Wieso habe ich jetzt drei? Ey, wieso laufen wir jetzt drei hinterher? Ich habe doch... Okay, gruselig. Was hat einer gemacht? Äh. Okay, gut. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Achso, eins, wieso ist es denn? Hm, na gut, ich frage mich. So, das hier singt. So singen kann ich auch. Bla, 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 bla. Es sind nur zwei, aber das viel läuft hinterher. Komisch. Na gut, ich frage mal nicht. Hey. Nya, 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 nya. Lalalalalala. Perfekt. So. Jetzt holen wir uns mal das Teil hier. Und dann wollen wir mal gucken, was haben wir denn da so für Viecher? Die sind Fragezeichen. Nein, gehen wir da mal hin. Hallo. Ich weiß übrigens selber nicht mehr genau, was ich gestern gemacht habe. Also läuft's. Hi. Nya, 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 nya. Lalalalalala. So, jetzt singen wir den Kollegen an. Hiyao. Singen. Meine Gesangskünste beamen dich weg, mein Freund. Und jetzt du. Hi. Tritra tralala. Hat er gesungen? Ich hoffe. Okay. Katsching. So, noch ein paar Freunde. Was haben wir denn hier? Ein paar neue Füßchen, glaube ich. Okay, die bringen uns jetzt auch nicht mehr so viel. Lass uns mal da hinten hinwandern. Die fressen jetzt mal ein bisschen. Ich glaube, ein bisschen was futtern tut uns gut. Und ein paar Skelettteile sammeln ist umso besser. Oh, die hassen uns schlecht. Oh, hier sind sogar drei Teile. Jetzt hol dir mal das Teil. Anschließend nehmen wir mal den Stock. Und dann hol dir mal das Teil. Und dann gehen wir mal weiter zu den Viechern. Und gucken uns die mal an. Nachdem wir bei den komischen Flatterviechern weg sind. Ah, okay. Die sehen gruselig aus. Gucken wir mal, ob wir mit denen klarkommen. Hi. Hi. Hey. Dance, dance with somebody. Dance, dance with somebody. Dance, dance with somebody. With somebody. Oh, singen können wir. Lalalalalala. Oh, verdammt. Ich glaube, das wird nichts. Ich befürchte fast, das wird nichts. Okay, nein. Mit denen kommen wir noch nicht auf einen Länder. Wir sind zu schlecht. Grob gesagt. Lass mal hier hingehen. Weil da waren ja auch noch ein paar Leutchen. Und eventuell können wir uns ja mit denen ein bisschen gut stellen. Ach, halt die Klappe. Komm mit wem anders an. Oh, Skelett. Ey. Lauf weg. Lauf weg. Wir fliehen. Die Fliecher sind mir nicht teuer. Was ist mit denen, diesen Fragezeichen? Mit denen können wir reden. Hallo. Halt. Mach doch nicht so eine Scheiße hier. Red mit denen. Hoi. Singen. Singen kann ich auch. Alter, jetzt reicht's mir. Töten, töten, töten. 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 So. Uff. Äh, ja. Ich glaube, ich sollte jetzt mal nach Hause. Vor allem, ich hab mein anderes Rudelmitglied verloren. Das ist schon mal schlecht. Denk dran, Fly. Oh, hab ich was getressen? Schlecht. Schnell nach Hause. Irgendwas krummelt auf meinem rechten Kopfhörer. Ich glaube, ich möchte gar nicht wissen was. Schneller. Hi. Ich würd mich gern heilen. So. Lass mal was futtern. Fressen wir mal kurz was. Yum, 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 yum. Wop. Und noch ein Stückchen. Wop. Wop. Hm, lecker. Heute mit Tomate. So. Gehen wir mal da hin. Und jetzt machen wir mal... Verändern wir uns. Oh, hey, romantik. Es ist französische Liebe in der Luft. Ei, ei. Oh, que se. Oh, la französische Liebe. Oh, ich schläge dir ein Ei. Oh, ja, ich schläge dir ein Ei. Ich schläge ein Ei der Liebe. Oh, bueno. Ein Ei der Liebe. Ja, fein. Ein Ei Italiano. Ei. Bin ich jetzt vom französischen ins italienische gekommen? Keine Ahnung. Das Ei der Liebe. So. Oh je. So. Wollen wir mal gucken. Was können wir denn so machen? Greifer? Greifer ja machen eigentlich keinen großen Unterschied, ne? Äh, nö. Was habe ich hier so Neues? Die Schnauze. Die haben wir schon. Hier ist an sich auch nichts Großartiges Neues. Da. Hier war auch nichts. Posieren Stufe 2. Was haben wir jetzt? Posieren Stufe 1. Okay, dann verbessern wir uns da mal. Rüeo. So. Haben wir noch bessere Füße oder so? Nee. Oh, Tanzen Stufe 3. Was haben wir? Tanzen Stufe 2. Oh, wir haben irgendwas, was nicht so gut ist. Okay. Giftkriffe sind zu teuer. Das ist doof. So bezaubern bräuchte ich eigentlich. Bezaubern Stufe 1. Bezaubern Stufe 2. Guck mal. Weißt du, was wir machen? Wir machen das so. Und dann Bäm. Und leicht gekräuselt. Oder? Nee, warte. Guck mal, das war das. Das war das Ding. So. Das habe ich schon mal gemacht. Hehe. Zack. Zack. Und ich habe ein Hasenpuschel. Yeah. Okay, ein bisschen lang gezogen, aber ich finde das Ding so cool. Ich finde die Hasenpuschel so geil. So, wir wachsen jetzt noch ein bisschen. Dementsprechend müssen die Oberschenkel auch ein bisschen zulegen. Okay, mehr geht scheinbar nicht. Na gut. Ja, hier soll doch ein bisschen dicker werden. Okay, so eine Stampfer nicht unbedingt. Ah. So eine Art kann man es lassen. Gut. Kann ich mir noch irgendwas leisten? Nein, ich bin ein armer Schlucker. Das war ja zu erwarten. Hehe. Na gut. Ich denke, das geht. So. Ist doch schon mal nicht schlecht. Hey. Ein, ein. Och nö. Genau jetzt verpissen die sich. Ist doch scheiße. Ist doch scheiße. Schon werde ich wieder alleine gelassen. Ja, verpiss dich, Arschloch. Schnauze. Ja, ich sag auch nur freudig. Tschüssi. Ey. Mano. Das finde ich nicht so geil. Na gut. Na gut. Werden wir halt alleine gelassen. Oh, da ist noch einer. Deine Spezies wandert zu einem neuen Nest. Folge ihn, um einen Partner zu finden und eine neue Heimatbasis zu beziehen. Ja, na, ist ja ganz geil. Um das Bezaubern zu erlernen. Hey. Kaching, kaching, kaching. Ey, da stammt gerade noch einer. Der ist wieder weg, ne? Wieso? Ja. Du hast vollkommen recht. Freude, Freude. Now I can waxing. So. Ey, Kollege. Komm in mein Nest. Am besten ohne, hier die ganze Zeit zu ruckeln. So. Verbündeten haben wir. So, wo gehen wir jetzt hin? Lass uns mal erst mal hier hingehen. Und dann gucken wir mal, was wir auf dem Weg so finden. Folgen jetzt mal einfach mal dem Weg. Dann schauen wir mal, was sich so findet. Ach, guck mal. Die könnten wir ja noch mal von uns überzeugen. Hoi. Singen kriegen wir hin. Lalalalalala. Wir sind sogar im Chor. Ach, den haben wir sogar schon. Guck mal. Jetzt machen wir mal den Heino. Hey. Singen und singen. Juhu. So. Da ist noch ein Skelettteilchen. Das hätte ich ganz gerne. Neue Teile sind immer gut. Lass uns das mal holen. Wenn wir hier schon in der Nähe sind, können wir eigentlich auch gleich was fressen. Dann bin ich der Meinung, habe ich... Ah, ich wusste es. Da hinten noch was gesehen. Da gehen wir jetzt noch hin. Schnell, hol dir das große Skelett. Finde neue Teile, um dich weiterzuwickeln. Um dich weiterzuwickeln. Ja, weiterwickeln tue ich gern. So, was mit den Kollegen? Die sind... ...gefrage zeichnet. Hey. Wie geht's so? Singen kann ich. Halalalalalala. Yeah. So, um unser Skelett. Ich bin bloß schnell aus ihrer böden Kreaturenphase raus. Ich kann überhaupt...